Mann, Loco, Team, mach mich crazy, Schattenboxt und Kerl, Alter. Ey, Mann, wenn einer jetzt kommen würde, ich würde hier links und rechts nehmen, Alter. Er wird gar nicht klarkommen. Ich würde ihn ein Kipp haben, Alter. Er liegt nur noch auf den Boden, Alter. Ich glaubst auf mich selber nicht. Ich geb dir links und rechts eine. Den hast du gar nicht kommen sehen. Junge, du kommst. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommen, Mann. Ich schattere hier links weg, Mann, 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 Mann. Weißt du, was du bist? Weißt du, was du bist? Du bist ein Taler-Hun. Brut. Taler-Hun. Oh, Taler-Hun. Du bist der Held in unserer Region. Du bist selber Taler-Hun, Alter. Ey, Mann, Alter. Und damit willkommen in der heutigen Comeback-Folge von mir und Bimo. So sieht's nämlich aus. Wir sind heute in Taler-Hunz, Leute. Heute geht's ab. Wir sind Crimes. Wir natzen heute richtig. Die Polizei wird in die richtig Hops. Aber richtig, 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 richtig. Alle Krieg-Karten, alles Handy, Alter, ey. Also ich und Bimo sind heute Taler-Hunz in Notruf, Hamburg, Leute. Ihr checkt jetzt noch mal meine Beschreibung ab. Tretet meinen Discord bei. Und für die, die neu sind, einfach mal Kanal abonnieren. Jetzt viel Spaß beim Video. Ey, Bimo hat grad nachgeschaut und es sind einfach 13 Cops hier drauf. Also ist eigentlich perfekt für einen Taler-Hun. Spricht mir das eigentlich genau aus, ey? Taler-Hun. Taler-Hun. Ja, bist du bei der Bank? Ich kann mal eine Bombe kaufen. Oh, ich kann eigentlich wieder die Bank machen. Ich bin nicht mehr alleine. Jedes Mal echt oft gekoppt worden. Ich hab immer nur zwei, drei Goldbanken geklaut. Ey! Ey! Ja, ey, das ist so schlimm geworden. Kriminelle sind jetzt auch deine Feinde, ne? Alles klar, ich schau ihn jetzt weg. Kriminelle. Ich hau ihn jetzt weg, warte mal. Ja, 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 aber nee, das war ein Polizist. Ey, ach Mann, ey! Ja, ich hab ihm einen Einschuss gegeben. Ich komm, ich komm, ich komm, ich bin auch gleich da. Oh, er ist kein Cop mehr. Ich hab ihn, ich hab ihn gerettet. Ich hab ihn gerettet. Ich hab ihn gerettet. Ich hab ihn gerettet. Ehre. Wer auch immer du warst. Okay, jetzt. Also, ich fahr einmal ganz schnell an der AC. Oh Mann, ey. Oh, nö. Oder ich fahr bei dir mit, egal. Aua. Wo bist du? Ich bin jetzt auch bei Dings. Warte, ich fahr hier. Hier bin ich. Ist das Polizist? Ach, da ist noch so ein Auto. Hier bin ich. Hier bin ich. Ui. 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 Oh, los geht's. Ab geht die Post. Let's go, Leute. Bank machen. Ja, let's go zu Bank. Kieren. Die haben so viel zu tun. Ich hab nur ne Popgun auch. Nur ne Popgun. Und ein Messer. Hier. Junge, wie? Komm her. Komm her. Junge. Let's go, let's go. Junge. Junge. Let's go. Alter. Oh, Alter. Vorsichtig. Oh, Alter. Ich hab lieber noch nen Keks hier. Ich dachte, das wär... Ich hab auf jeden Fall schon mal einen. Kann ich das auch messen? Ach, ich hab Dingschläge auch dabei. Nice, 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 nice. Ich hab schnell was trinken hier auf jeden Fall. Wie viel Geld hast du eigentlich mittlerweile? 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. Junge, Alter. Du kannst mal anfangen, jede Season mir 8K zu spenden. Ich hatte letztens 10.000. Ich hatte letztens 10.000. Die Leute mussten mir spenden, damit ich weitermachen konnte. Alter, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Jetzt hab ich wieder 100K, aber ich hab auch viel gemacht. Es kommt noch keiner hinterher. Ich hatte recht. Oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ich glaub. Ja, können wir machen eigentlich. Ich schieß, ich schieß, aber ich halte die ein bisschen auf. Ja, ich versuch, Leiter zu platzieren, Leute. Ich bin nicht der Beste. Okay, ich hab platziert. Ich geh nach oben. Die schießen unser Auto erst mal kaputt. Oh, ich hab einen fast down gemacht. Fast down. Sehr gut, sehr gut. Oh nein, oh nein, die kommen laut, die kommen laut. Okay, okay, komm hoch, komm hoch. Ich hab nur gepumpt. Die kommen laut, aber einer, einer ist verhaftet, einer ist verhaftet. Oh nein, das ist schon wieder zu. Oh nein. Oh, du bist nicht. Oh, jetzt bist du draußen. Oh, Leute. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt? Nein. Ich komm, ich komm, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Nein, nein, nein. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Polizisten oder so. Ich bin ein taler Huhn. Ich bin auf dem Weeeeeeg. Oh, ich bin schon über uns jetzt gleich. Oh, Alter, wie viele Cops auf einmal, Junge. Alle, Alter, Polizeigewalt. Ich bin hier in diesem Auto, ja. Lol. Lol, er fährt ja sehr gut. Hä? Einfach eingestiegen. Sehr gut. Das ist gut. Hä? Ich kann die doch jetzt... Hä? Ach, klar. Warte, ich frag ihn noch. Ach, klar. Oha, pass auf, pass auf, pass auf. Er tasert dich. Ja. Ja. Ja, du hast ihn. Oh nein. Alles Auto, alles Auto. Die tasern gleich auch. Oh, oh, oh. Vorsicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Pass auf. Sehr gut. Loco, nutzt die alle weg. Loco, nutzt die alle weg. Ah, ich muss noch laden. Da kommt der Nächste. Pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Polizeigewalt. 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 Oh mein Gott, Alter. Es sind so viele Cops. Ich hätte mir noch eine andere Waffe holen sollen. Heftig. Pass auf. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Einen nehme ich noch mit. Nein, keine Munition mehr. Oh, pass auf. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich habe es nicht geschafft. Alter, krass Leute. Was war das denn? Wie viele Cops? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cops. 6 Cops. 7. Da hinten läuft noch einer. Oh mein Gott. Und ich habe das Gold nicht verkauft. Goddammit. Das ist nur Verlust. Ich versuche die zu bestechen. 8K? 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 Ich meine, 8, 2 habe ich halbe Leben abgezogen. Immerhin. Er scheint die ganze Zeit nach Medic, weil er mich sonst verliert, Leute. So, Leute. Brenzlige Situation. Es gibt keine Medics auf dem Server. Bimo ist immer noch gefangen im Auto. Der wird aber wahrscheinlich gleich freikommen, weil wenn kein Medic, dann wird der SEK, den ich erledigt habe, auch leider da hinten dahin. Und dadurch ist Bimo in dem Auto frei. Problem für mich. Ich habe dasselbe Problem wie der SEK, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja. Kritische Situation, Leute. Ich bin doch ehrlich. Kann ich mir sehen. Ohhhh. Ohhhh. Orangen. Wo fährt er hin? Ey, es ist keiner in meiner Nähe. Ohhhh. Es ist aber leider, ich bin, ich könnte mich jetzt ausloggen, vielleicht ohne verhaftet zu werden, aber dann lande ich trotzdem im Krankenhaus. Ja. Ey, ich habe den doch gar nicht viel länger vor mir erledigt. Warum lebt der noch? Ich habe nur noch eine Minute. Hm. Da wirst du jetzt auch so verschwunden. Leute. Ich bin gespannt. Okay. Es sind ja auch keine Cops mehr hier. Du hast freie Bahn einfach. Ui. Ui. Da hinten läuft der. Der Kopf ist gerade verschwunden. Okay. Bimo ist wieder frei und ich bin in 30 Sekunden beim Krankenhaus. Ah. Cops zurückgekommen. Drei Cops, die wollen mich verhaften, aber ich bin doch in 30 Sekunden. Also ihr solltet eher zum Krankenhaus fahren, Breeze. Ich hoffe nicht, dass im Krankenhaus schon auf mich welche warten. Herr Lost. Ich schreibe noch Lost. Was geht hier? Oh oh. Ich habe noch Lost geschrieben. Jetzt bin ich gedeiht. Ich bin im Krankenhaus. Da wartet tatsächlich Polizei auf mich. Ui. Ich bin los. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ja, ja. Aber kaputte Reifen. Ich schieße auf mein Auto. Oh mein Gott. Ich fahre zum ADAC. Ich versuche das zu getten. Ja. Ich fahre auch zum ADAC. Okay. Dann treffen wir uns da gleich. Ja, ich fahre weiter, weil der Kopf mich noch verfolgt. Okay, okay, okay. Ich habe noch volle Bewaffnung. Ich habe noch volle Bewaffnung. Ich habe nur meine Sterne und mein Geld auf... Habe ich das Geld auf dem Handy eigentlich noch, wenn ich... Ja, 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 ja. ADAC? Ja, ja, ja. Ich fahre oben, Farmshop. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Geh, klasse. Ich schlamm ihn, ich schlamm ihn. HALP! Ich fahre hierhin kurz zum Dealer und komme zurück. Also, ist das wie es ist, Leute. Ich bleib doch bei der Sniper. Wir gehen voll auf die Sniper-Action wieder. Uiuiuiui. Ich komme back. Loco kommt, um alle zu retten. Wo bist du? Da bist du. Oh, hier kommt gleich mehr Korps, glaube ich. Glaub auch. Ja, okay. Seine Reifen sind schon mal gut. Ich habe gehört, dass Stachelsticks viel, viel mehr bringen, als mit Waffe drauf zu schießen. Ich glaube, so viel Schaden machen die dann gar nicht mit Pistole. Häng ihn fest! Häng ihn fest! Genau! Ah, du hältst ihn an der Wand. Ah, ich habe... Warte, warte, warte. Oh, ja, ja. Ui! Easy! Ja, er ist down! Ich bin so... Okay, weg hier, schnell! Das lockt andere an. Okay, ja, genau. Alles klar, stimmt. Mach noch seine Reifen kaputt! Das geht, glaube ich, nicht. Das geht nicht. Nein, nein, das geht, glaube ich, nicht, wenn der Kau ist. Das war stimmt. Nicht, dass du Munition verschwendest. Euch auch nicht. Ey, dein Reifen sind kaputt. Wo ist das denn? Okay. Let's go! Hier ist Polizei. Bei mir ist gerade einfach ein YouTube-Video mit der Trott angegangen, lol. Ja, ich muss mein Auto doch schnell reparieren, aber ich glaube, die checken noch nichts. Ach, das ist Feuerwehr. Ist gar keine Polizei. Ne, alles gut. Oh, lol. Habe erst mal auf ihn geschossen. Sorry. So, er fährt nochmal eine Bombe und wir fahren trotzdem jetzt einmal zum Juwelier, Leute. Und da sehen wir uns als nächstes. Habe ich mir auch gekauft, aber ich fand sie jetzt echt... Ach, du kennst die? Kennst du die eigentlich schon? Ne, ich kenne die noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, du hast das alles verpasst, ne? Lol, heftig. Ja, ja. Okay. Aber macht nicht so viel Schaden halt, ne? Ne. Leider. Auch von da an nicht so. Okay. Wie, du bist gleich da. Ich bin doch hier an der Zugbrücke. Ich habe dich doch überholt eben. Kann das sein. Ja, aber du bist doch nicht gleich beim Juwelier. Du lügst. Okay, doch fast. Ja, gleich wäre jetzt da. Ich bin jetzt warm. Ich bin jetzt warm. Ja, deswegen. Eben war ich doch beim Hafen, als du das gesagt hast. Hehehe. Okay. Und du hast... Alles klar! Und... Und... Action! Ist vollkommen leer. Ist vollkommen... Ah, hier sind ein paar Sachen. Ja, ein bisschen, ein bisschen wenigstens hier. Das ist ja doof, ja. Aber ich habe hier sogar meine... Oh, die ist aber ganz schön laut. Ja. Leute, wie findet ihr mein Talawun-Outfit? Will ich ein richtiger Talawun? Und das gut. Polizia! Polizia! Oh no! Wir müssen flüchten! Schnell Bimo! Hau ab! Hau ab! Sie kommen! Sie wollen uns holen! Oh no! Lass sie noch holen. Was? Ich habe jetzt eine Bombe auf jeden Fall. Achso. Ja, dann hast du eine Bombe. Aber ich weiß... Ich weiß nicht, ob das jetzt aber schon wieder geht. Aua. Ja, wir gucken nach. Das finden wir nicht raus, wenn wir sich gucken. Stimmt. Let's go! Der wird noch mal viel schreit! Essica! Essica! Hau! Polizia kommt! Oh! Ich muss nachladen. Neue Polizei kommt! Ich renne rein! Ich renne rein! Ja, das ist der! Das ist der! Ich komm wieder rein! Lass da drinnen! Da sind wir geschützt, glaube ich! Das fighten! Da kommt einer! Guck! Der kommt! Ja, ja, ja! Steigen sie aus! Hehehe! Sie wehren sich gegen die Talawun-Gesellschaft! No, no peace, sagt er! Es gibt kein Peace für Polizisten! Ich hab das... Er hat mein Vertrauen so gebrochen! Das gibt es nicht! Er will uns nicht verhaften! Sagt er! Lie! Wir glauben keiner Polizei! Gib ihm! Er muss aussteigen! Ja! Nächster! Ui, 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 ui! Oh, lol! Ich glaub den hab ich im letzten Video Kale geschickt! Lol! Hehehe! Ey! Er hat mich getasert und ich hab ihn erschossen! Ich hab ihn gleichzeitig erschossen einfach! Alter! Was ein Move, Leute! Aber das ist ein SEK! Ja! Alter, was ein geiler Move! Er hat mich getasert und ich hab ihn erschossen! Ey, pass auf! Oh, noch einer! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Er ist eingestiegen! Ich muss den Nachladen! Ah, ich hasse das auch so! Deswegen lade ich jetzt immer nach, wenn ich gerade nicht schieße! Ey, fahren! Sie fahren weg! Da kommt noch ein Auto! Da kommt noch ein Auto hier! Da lohnt das noch ein SE! Oder? Doch, das ist einer! Und der Pro! Ja, ja! Er ist ausgestiegen! Ui, 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 ui! Hast du ihn schon? Ne, ne, ne! Ich hab guten Schaden genommen! Ich hab ihn einen Hit gegeben! Komm schon! Zeig dich! Zeig dich, Kollege! Ey, da hinten schießt auf! Hast du? Okay, gut! Jetzt sind mir gerade zu viele Parteien hier! Der hinter uns kommt wieder! Der hinter uns kommt wieder! Ja, ja! Da sind zwei drinne! Wenn ich mich... Ja, ja, genau! Seht im Sinne! Ja, ja! Seh ich genauso! Okay, okay, okay! Egal! Gib ihm! Gib ihm! Der ist ausgestiegen, der eine! Ui! Oh nein! Ich hab ihn einmal! Oh ja! Ah! Ja, der andere! Ah, er hat mich, er hat mich, er hat mich! Sehr gut, sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Leute! Alter, ich liebe es, endlich wieder mit Beamen zu fighten! Raus! Raus mit dir! Wir sind wieder die OP! Warte! Oh! Oh! Ich hab' ihn für den Ding gegeben! Aber richtig! Alter, Junge! Oh! Kommt doch mal jemand! Er schreibt, kommt doch mal jemand! Ist er eingestiegen? Gib ihm! Gib ihm! Check nicht, wo der reingestiegen ist! Ja, hier! Audi oder da? Vielleicht auch! Ah! Aaaaaaah! Kommt doch mal jemand! Lol! Wir haben den einfach alle weggenommen, Alter! Wir sind auf dem 13-Server, ne? Denk dran! Wir haben gerade 13 Cops-Cops genommen. Lass mal die Banken machen jetzt. Wir sind EOP. 10 Cops gibt es noch im Server, aber 4, 5, 5... Also, die Hälfte liegt hier mindestens. Ich wollte gerade sagen. Das ist crazy, Leute. Einfach ganz alt. Hallo, Go. Oh, der geiert jetzt halt, ne? Jetzt Schattenboxen. Schattenboxen. Leute, oh, ja. So sieht das aus. Ey, der hat mich geschlagen, Leute. Der hat mich geschlagen. Jetzt kann ich ihn schlagen. Ja, perfekt. Oh, komm raus, komm raus, komm raus. Lass ihn einschweren. Mach, mach. Ja, ja, ja. Boom. Er hat gar keinen Schaden gekriegt, was? Äh? Gib ihm, gib ihm. Ich sammel ein. Ui, Leute, ich kann ihm keinen Schaden geben. Das ist auch so. Ja, okay. Sammel ein, sammel ein, sammel ein. Ich nehme ihm seine weg. Ich habe ihm seine weggenommen bisher. Ich habe alle weggenommen bisher. Ich habe alle weggenommen bisher. Ey, ey, ey. Auf mich, auf mich, auf mich. Ey, ey, ey. Oh, ey, ey. Okay, okay, kurz weg. Ich snack kurz. Okay. Er soll doch mal die Türen aufmachen. Ja. Ich habe kein Schlagwerkzeug. Hast du was zum Aufmachen? Er geht schon. Okay, da kommt, ich glaube, da kommt Polizei. Ja, ja. Soll die Polizei kommen? Ey, er heilt sich. Ja, ja. Gib ihm wieder zu. Ja, ja. Okay, er will hoch. Er will mit Leiter. Ja, wir sind halt Talahuns, ne? Wir freunden uns. Also, ich wurde halt so oft verraten, obwohl das so gut lief. Ich will halt echt niemanden Fremden mehr, ne? Vertrauen so. Das ist halt durch, ehrlich. Also, letztes erst wieder passiert. Ich vertraue dir nicht, mein Boy. Ey, wenn du das siehst, nimm das halt nicht böse. Das haben andere vor dir verstört. Okay, ja, ich höre. Genau, deswegen, wir haben so häufig auf Leute vertreten. Ey, kletter. Kletter hoch. Der klettert nicht auf, Raider. Kletter doch. Geht doch. Tschüss. Okay, ein paar sind auf. Nein, nein. Was ist mit dir passiert? Hör. Was war das? Ich hab dich aber nur wegflippen sehen. Du bist da. Hä? Hast du Schaden gekriegt? Nö, gar nicht. Loll. Was? Ich hab geheckt oder so. Was war das denn? Was? Du bist voll weggeflippt bei mir. Oder hat mich irgendwer... Ja, ich auch. Ich auch. Deswegen alles kurz, so wie bei einem Erdbeben oder so. Ich dachte, Erdbeben oder so was. Was? Was war das denn? Da steht einer. Ja. Hab ihn einmal? Ja. Ja, ja, ja. Oh nein, ich falle. Oh, ich hab mich am Fenster gehalten. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Kein Schaden auch. Ey, wir beide voll lucky. Hinter uns. Oh, ne. Übelst, übelst. Junge, das war ja crazy. Wir haben das gemacht. Lass verkaufen. Das war ja voll der Hack, Alter. Okay, ab geht's, ab geht's. Weg, 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 weg. Ab geht's unbedingt. Die Beute müssen wir jetzt einmal wegbringen. Das wäre... Dann haben wir einmal gut Sahne gemacht. Oh, erst mal raus aus der Stadt, Leute. Bis gleich. Ein paar Mal machen, Alter. Leute, hier ist ja... Oh, so das Intima, lol. Ja, ey, die sind auch so schlimm geworden. Ey, ich hab's gesailed. Ey, der will mich verhaften, glaub ich. Oder auch nicht. Ich hab letztens auch den Kopf von einem Timer erledigt. Der schießt auf mich, pass auf. Ja, okay. Ja, dann erst recht, ne. Ja. Ja, das war's auch schon. Das war wohl nix. Satz mit X. War wohl... Ah, 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 ah. Eieiei, unser Kollege war noch hier. Wollen wir den auch noch hauen, hier? Warte gar nicht. Wer kann ich nicht da unten? Ah, 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 ah. Junge, wir sind da aus. Ich kann nicht durch, Junge. Junge, echt so. Guck mal, hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Leon, hast du ein Problem, Leon? Hast du ein Problem? Oh, Polizei kommt jetzt, glaub ich. Oh, oh, okay. Okay. Wir sind normal. Ich mache Überraschungseffekt gleich. Ja, ich fahre ein bisschen vor. Leon steht in dem Weg. Okay, ganz viele Autos. Ja. Überblick verloren. Polizist, komm, Polizist, komm. Ich schieße auf ihn. Einmal getroffen. Gib ihm, gib ihm. Ja. Oh, nein. Oh, der Bus hat sich davor gemischt. Muss nachladen. Ah, Gaby. Sehr gut. Ja, aber da hinten ist noch einer, oder? Nee, doch. Lol. Oh, jo. Hast du? Oh, der ist da unten. Ja, hast du. Hab ich genau gesehen. Genau, aufgenommen. Was ist das denn gerade für eine Runde hier? Das ist da unten. Ja, wir sind wieder zu zweit. Hier ist noch einer. Loil. Hier ist noch einer. Was? Ich komme. Ich bin wieder weg. Ey, der im grünen Auto war echt einer. Krass. Ja, ja. Richtiger Sasser-Boy. Oh, nein. Oh, nein. Komm zu mir, komm zu mir. Oh, oh. Was ist er denn? Da hinten war Auto. Der ist ins Auto. Ach, nee, da. Der versteckt sich so ein bisschen. Der Kopf guckt aber raus. Nein, der ist ab. Ja, ja, ja. Ey, Notarzt ist am Start. Pass auf. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich habe gar keinen Ausdauer mehr. Wir müssen weg. Ja, ja. Wir müssen weg. Weg, weg, weg. Wir sind zu hass, hass hier. Ich habe noch gar nichts verkauft. Loil. Oh, ja. Dann mach das doch schnell. Ich habe alles los. Und nochmal Munition. Kauf Munition. Ja, ja. Hier ist wieder ein Cop. Okay, okay, okay. Hab ihn. Ich habe alles wieder. Ich bin wieder full. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, alles klar. Wir können weg. Alles klar, Leute. Let's go. Nochmal Juwelier gucken. Der war ja eben leer. So, Leute. Das war mein Taler-Huhn-Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt mal einen Kommentar da. Was wir als nächstes machen sollen als Taler-Huhn, Leute. Checkt unbedingt die Beschreibung. Da findet ihr meinen Discord. Wir sind fast die 200 Mitglieder. Ihr fehlt noch. Viel Spaß bei den nächsten zwei Videos hier. Ciao, ciao.